Lasst es euch zeigen. Was könnte es sein? Zudeck, genau. Sehnenansatz deutet er mir auf einen Muskel. Schon mal eine ganz andere Geschichte, da es sich dann noch ganz gut weiß. Sehnenansatz könnte so ein Sehnenansatz haben. Ist es ein pulsierender Schmerz? Tritt er in erster Linie nachts stärker auf? Was heißt Neidfahren? Hast du Bewegung gemacht und du sagst, klack, mach doch was los, dann von Stunden. Wenn es zum Beispiel im faszialen Bereich, dann bildet sich das. Ein Bandschein-Vorfall macht nicht so, ja, komm doch mal. Anlaufschmerzen? Ja, wie lange? Kurz, da ist eine Iriitis dabei, eine Iriitis zu kleben, als solche sollte dir immer wieder kommen. Rechter Arm, geh raus, leg dich wieder so raus. Erstmal von vier Seiten schaue ich den Patienten an. Dann schaue ich noch meine Ausschlussdiagnose oder meine Differenzialdiagnose. Da fahre ich dann auch noch mit. Der zieht dann da unten an. Da habe ich dann so eine Sehnenplatte und da gibt es noch Schmerzen. Und dann drücke ich da rein und fängt dann den Patienten an. Das heißt, ich muss dem Patienten vorher erklären, warum ich ihm jetzt... Das sind die Leute, die ich habe. Die Iriitis, das ist ja nur eine Achtungspielstelle. Die Bandschein hat sich auch ein Achtungspielstelle. Ja, aber nicht Achtung. Wenn ich dieses Achtung, die ich hier habe, würde es das ja an verschiedenen Achtung stellen. Das heißt, ich weiß nicht, dass ich jetzt nur eine Rekalität in Achtung habe. Das wird noch vorgezeichnet. Das kann man natürlich jetzt erlauben. Das ist gut. Die Natur ist ja schon in der Zeit. Und dann auch ein Ziel. Und man kommt nicht da in den Bereichen, wo das noch nicht ist. Nicht, wenn es etwas Einseitiges ist, wenn es etwas... ... ... ... ... ...